So Freunde, gestern ist das neue Tropical Beach Design zum Verkauf freigegeben worden für 3 Euro. Deswegen dachte ich, ich zeige euch mal, wie man das umsonst herstellt. Ihr geht ins Internet. Einmal Wallpaper Beach. So, da seht ihr schon hier das erste Bild. Das ist es gleich, das Originalbild aus dem 3 Euro Design. Wir müssen das nur öffnen. Speichern. Und so könnt ihr das mit jedem Bild machen. So, Vollbildschirm. Ein bisschen vergrößern. So, das sieht doch ganz gut aus. Jetzt einmal das Bild aufnehmen. Der Taste links oben. Screenshot speichern. So. Jetzt geht ihr auf Designs. Dann auf Design auswählen. Benutzer definiert. Bild auswählen. Andere. Da ist euer Bild. Einmal übernehmen. Und? Drei Euro gespart. Bitte. Ich bin raus.